Hey Internet und YouTube, ich hoffe der Sound passt, irgendwas habe ich hier oben gestellt, irgendwas ist heute wieder gecrasht und die Programme brauchen 10 Minuten bis sie sich öffnen, finde ich super, ich meine ich habe ja Zeit, was sollen wir denn noch schonst, schonst, schonst tun? Nun, ich denke nicht, dass ich hier einbrechen wollte, ich denke nicht, ich denke der hat zu, ich denke viel zu viel, irgendwas, ich wollte doch was einkaufen, richtig, richtig, haben wir wieder nicht gemacht, ähm folgendes Szenario, ähm what? Ich hoffe, ich kann behilflich sein, das hoffe ich auch, denn sonst ziehe ich mein Schwert und deine gegilte Frisur, der heißt geschnitten, das ergibt keinen Sinn. Ihr sprecht wohl von den Erläuterungen zum Mysterium Xaxes von Mankar Camoran, eine häufige Fehlvermutung. Das gesamte Werk besteht aus vier Bänden, die ersten beiden Bände sind zwar selten, können jedoch von Zeit zu Zeit durchaus noch gefunden werden. Aber es ist völlig ausgeschlossen, durch Zufall über Band 3 und 4 zu stolpern. Gut, zufälligerweise benötige ich Bände 3 und 4. Ich habe zwar zufällig ein Exemplar von Band 3 im Haus, aber es ist eine Sonderbestellung. Von einem anderen Kunden im Voraus bezahlt, verzeiht. Gwinas wäre sehr enttäuscht, wenn er hierher käme und das Buch nicht mehr da wäre. Es tut mir leid, aber ich kann nicht helfen. Ich würde euch gerne helfen, aber die Kosten. Ich müsste versuchen, noch ein Exemplar für Gwinas aufzutreiben. Ganz zu schweigen von seiner Enttäuschung, wenn er erführe, dass ein Buch nicht mehr da ist. Ich bezahle gutes Geld. Was ist mit Band 4? Ich wollte, ich hätte ein Exemplar, aber ich habe noch nie eins gesehen. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber er war ganz begierig darauf, Band 3 der Erläuterungen von Camoran zu bekommen. Kommt extra aus Valenwald hierher. Nun ja, er wollte das Buch abholen und jetzt ist er spät dran. Ihr könnt hier warten, wenn ihr selbst mit ihm sprechen möchtet. Ja, gut, gut, gut. Das will du. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Kannst du. Hast du auch? Reicht. Dankeschön. Auch ihr. Gut, ähm. Dann warten wir, oder? Wie lange? Wäre gut, wenn wir wüssten, wie lange, hm? Ah, grün. Perfekt. Es tut mir leid, aber ich bin schon spät dran für einen Termin. Ich habe jetzt keine Zeit. Doch, 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 doch. Achso. Warum kann er einfach hinter dem Tresen? Ich komme wegen meines Buches. Die Erläuterungen von Mankar Camoran, Band 3. Aber natürlich, bitteschön. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns bald wieder beehrt. Danke, vielen Dank. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich schon nach diesem Buch suche. Was? Ja, und jetzt gibt mir das Buch. Seid ihr mir etwa gefolgt? Lasst mich in Ruhe, das ist mein Buch. Ähm, ich will es von euch erstehen. Gebt mir einfach das Buch und ich gehe. Erzählt mir vom Kult. Erzählt mir mal. Die mythische Morgenröte? Seid ihr... Ich meine, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich weiß nichts über einen Kult. Stellt euch nicht dumm. Nun gut. Ich sehe, dass ihr mit den Erläuterungen von Mankar Camoran vertraut seid. Ich weiß, dass daedrische Kulte gesellschaftlich nicht gerade anerkannt sind. Aber das sind nur dumme Vorurteile und Aberglaube. Für den unternehmenslustigen, aufgeschlossenen Denker hat die Daedra-Anbetung einiges zu bieten. Sie haben den Kaiser getötet, Trottel. Was? Die mythische Morgenröte hat... Ihr müsst mir glauben, ich hatte einfach keine Ahnung. Ich meine, ich wusste, dass das ein daedrischer Kult ist. Die Ansichten von Mankar Camoran über Mehrunes Dagon sind faszinierend. Sogar revolutionär. Aber den Kaiser ermorden? Möge Mara uns beschützen. Okay, du solltest mir das Buch besser geben. Ja, aber natürlich. Ich will nicht, dass irgendjemand glaubt, ich hätte mit ihren wahnsinnigen Intrigen zu tun. Hier, Band 3 gehört euch. Was ihr damit tut, ist eure Sache. Nun, ich benötige auch das vierte Buch. Band 4 bekommt ihr nur direkt von einem Mitglied der mythischen Morgenröte. Ich habe ein Treffen mit dem Förderer verabredet, wie er sich selbst nannte. Hier, nehmt diese Notiz von ihnen. Hier steht, wohin ihr gehen müsst. Mit der mythischen Morgenröte will ich nichts mehr zu schaffen haben. Perfekt, und er hat auch noch für das Buch bezahlt. Na dann, das trifft sich ja hervorragend. Dankeschön, tschüss. Bezahlt. Okay, bla 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 bla, what? Okay, treffen wir uns mit dem Typen und holen das nächste Buch. Ich bin nämlich ne Leseratte, müsst ihr wissen. I believe. Du? Was braucht ihr, Freund? Ihr seid nicht leicht ausfindig zu machen. Was habt ihr herausgefunden? Also, es gibt ne Versammlung. Das könnte genau die große Chance sein, die wir brauchen. Gute Arbeit. Wir müssen also dieses vierte Buch finden. Wenn Tamina recht hat, können wir mit diesen Büchern zum verborgenen Schrein der mythischen Morgenröte finden. Yay. Auf geht's. Diesen Teil der Abwasserkanäle kenne ich gut. Ich hasse die Abwasserkanäle. Die Abwasserkanäle, die Kl... Sie werden für den Mord am Kaiser büßen. Wo wir jetzt wissen, wer sie sind, ist es nur noch eine Sache der Zeit. Folgt mir. Ich weiß, wie man zu dem Teil der Abwasserkanäle gelangt, wo wir den Förderer treffen müssen. Ich hasse die Abwasser... Du, weißt du, wie sehr ich die Abwasserkanäle hasse... ...hasse... 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 Entschuldigung. Ich hasse sie so sehr. Was ist los? Ich hasse die Abwasserkanäle. Wie viele Stunden habe ich dort schon verbracht. Und wer... ...wes hier? Ich hoffe, das macht nichts, was er uns beobachtet hat. Pass auf, wir kommen. Ratten und Zombies. Wenigstens kennst du den Weg. Du bist so unnötig wieder. Sehe ich doch schon kommen. Macht euch bereit. Ich bin bereit. Ich will, dass du auch mal was tust. Perfect. Ich brauche keinen Hebel betätigen. Oh, ich habe meine Sachen repariert. Mama mia. Ich habe keine Heiltränke. Ach Gott. Lass hinter mir auf. Okay. Hinter dir ist alles klar. Du, es ist so dunkel hier. Hab ich... ...ein Licht. Irgendwo habe ich doch sicher ein Licht. Sonst ist so hell. YouTube sieht gar nichts. Weißt du, Baurus? Ja, das ist eine Aufnahme. Du musst dich anstrengen. Gott, wir schauen dir alle zu. Baurus gegen die Krabben. Es ist ein spannender Kampf, meine Damen und Herren. Ich denke, er wird sterben. Halleluja. Er schlägt zu. Er hat lange dafür überlegt. Doch der Schlag war effektiv und tödlich. Der hier gehört mir. Es gehören alle dir, Baurus. Ich leuchte nur den Weg. Ich leuchte nur den Weg. Ich leuchte nur den Weg. Alle Krabben dieser Weltbasis. Und Ratten. Krabben und Ratten. Es ist Zufall, dass Feinde überall... ...ein Doppel-B und ein Doppel-T haben. Pass auf! Ich passe. Ich stürze nicht auf die Krabbe. Wenn ich die habe, habe ich hundertprozentig geplündert. Jede Truhe ist mein hier. Zusammenbleiben. Was ist denn das? Ich denke, ich muss mal... Ich muss ihm mal helfen, glaube ich. Mein Blut, den Kaiserreich. Zusammenbleiben. Was bist denn du, da einer? Oh Gott. Okay, er ist nicht bewusstlos. Jesus Christ. Gold? Guten Morgen. Ich schau dir zu. Er wird das tun. Baurus. Zehn Gold auf Baurus. Gut geblockt, Baurus. Die Ausbildung von Tausenden steckt. War eine schöne Drehung vorhin. Nicht heute. Nicht heute. Und... Sauber. Sieht gut aus. So, ich habe hier schon so viele Parts gekämpft. Ich habe ein bisschen Pause verdient. Ein paar Wetteinsätze... ...habe ich mir auch verdient. Okay. Der hier gehört mir. Gut. Ich halte dich nicht davon ab. Ach, da ist noch ein Zombie. Du hast den anderen geblitzt, Ding. Abwehr. 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 Oh ja, das brauche ich. Oh, das tut gut. Baurus im Einsatz. Baurus im Einsatz. Fünf Gold auf Baurus. Geh ich doch. Nicht drunter voll, Bauri. 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 Jesus Christ. Guckst du wieder hoch? Weißt du was? Ich gehe mal ohne dich, Wad. Wir müssen sicher hier rüber, oder? Oh, Bauri. Okay, warte. Ich gehe hier durch, Bauri. Bauri. Bauri? Ach, Bauri. Ich dachte, du kennst den Weg. Ich glaube, er hat uns angelogen. Bauri, möchtest du uns irgendetwas mitteilen? Komm, mach mal hin, Bauri. Du, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit für diese Scherze. Ja, die habe ich schon erledigt, Bauri. So bin ich zu dir. Oh Gott, du musst wirklich jede Treppe nehmen hier, oder? Genau so, wie der Weg es vorschreibt, oder? Bauri, es kommt nie vom Weg ab. Ich glaube, du hast ein bisschen übertrieben jetzt, Bauri. Hier sehen wir, er sich angestrengt hat für den Einschlag. So ein Angeber. Passt hinter mir auf. Okay. Ich schaue die ganze Zeit nach hinten, Bauri. Ich vertraue mir. Die Ausbildung von Tausenden steckt in mir. Alles klar. Tausende haben die Ausbildung genauso wie meine Ratte erledigt. Ich möchte deine Künste nicht weniger wertschätzen dadurch. Aber ich meine... In Ordnung. Der Raum mit dem Tisch ist direkt hinter dieser Tür. Ich habe mich schon immer gefragt, wer ihn dorthin gestellt hat. Zufällig weiß ich, dass ihr einen guten Blick auf den Raum, in dem das Treffen stattfinden wird, haben werdet, indem ihr die Treppe dort hinauf steigt. Ich denke, ich sollte mich besser um das Treffen kümmern. Ihr seid meine Unterstützung. Haltet dort oben Wache, falls es Schwierigkeiten gibt. Ich treffe den Förderer? Nein, ich bin an der Reihe. Ich habe eine Blutschuld, mit diesen Meuchelmördern der mythischen Morgenröte zu begleichen. Und außerdem bin ich mein ganzes Leben lang für so etwas ausgebildet worden. Nein, ich werde den Förderer... Okay, von mir aus. Gut, denkt daran. Ohne dieses Buch dürfen wir hier nicht weg. Das ist unsere beste Chance, das Amulett zu finden. Ich wette, er wird sterben. Direkt. Hör zu. Vielleicht überlebe ich nicht. Wahrscheinlich. Aber wenn nicht, dann müsst ihr weitermachen. Ihr müsst das Buch bergen und das Amulett der Könige finden. Ich bin froh, euch zur Rückendeckung zu haben. Okay, los geht's. Na, an deiner Stelle wäre ich nicht. Sooo, amused. So, das war die perfekte Deckung. Boom. Kleiner Rabenknäufch. Knäufch? Ich fürchte. Du ziehst aber ab. Du ziehst aber ganz schön ab. Ja, da war ganz schön hier. Ah, ich hab das Buch. Seid dankbar, dass ihr die Ankunft von... Ich komme. Ich komme. Bauri. 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 Wir sind noch zusammen. Wir haben es geschafft, Bauri. Wir haben es geschafft, Bauri. Bauri. Wir haben es geschafft, Bauri. Was? Bauri. 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 Ich hab den Boss erledigt. Bauri. Bauri. Das hätte ich ja fast übersehen. YouTube hätte mich gekillt. Wahrscheinlich habe ich noch irgendwas übersehen. Herkömmliche Waffen widerstehen. Bla 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 bla. What? Also, das ist okay. Herkömmliche Waffen. Statt Shieldring, oder? Shield 18%. Und Wasseratmung. Ah, okay. Nehme ich mal, oder? Bauri, lass mich nicht alleine. Ich komme hier nie wieder raus, Bauri. Bauri. Ich komme hier nie wieder raus. Ich komme hier nie wieder raus. Ich kann von diesem Ort nicht schnell reisen. Bauri. Ich will den ganzen Weg nicht zurückgehen. Bauri. Bauri. No. Hier gibt es eine... eine Abkürzung, richtig? Oh mein Gott. Was ist denn? Dort gesprungen. Kriegswurst. Schaff, schaff, schaff. Und... Okay, wow. Vorsicht. Vorsicht. Jesus Christ. Experte der schweren Rüstung. Hatte ich das nicht schon? Boah. 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 Kleiner, schneller Gob. Was ist denn jetzt? Du kleiner... Meine Energie. Okay, bist du aber sicherheitshalber? Sicher... Achso, Quatsch. Sicherheitshalber. Ich habe nämlich nirgendwo gespr... Was ist denn? Bidi Gonzales! Das war ja ganz schön knapp, du. Wie, der Typ hatte nix? Naja, der Fürst. Naja, wohl lächerlich. Ich drehe das Rad einfach. Da kenne ich nämlich gar nichts. Das Rad hier ist ja so schnell gedreht. Ich kann nicht warten. Ich will aber kein Ding trinken. Ich möchte nur... ...wieder hier raus. Das wäre super. Komm, lass mich in Ruhe. Au. Warum gehe ich auf diesen Weg? Ich weiß es nicht. What? What? Immer wieder entdecke ich neue, verschlossene Türen. Sag mal. Meine Energie. Ich sollte mich nicht so viel spielen. Bin ich ja falsch schon wieder? Jeez. Hier muss man sich mal auskennen, da. Hier muss man sich mal auskennen, da. Irgendwann bringt mich so eine Krabbe um, da. Oder... Oder... Wie jetzt? Das war für nix. Das ist einfach nur ein geheimer Geheimgang. Für nix. Wenn da kein Gold ist. Okay, vielleicht sollte ich mich... ...konzentrieren wieder. 41 Gold. Wow. Welche Feinde sind denn hier? Ging auch komplett falsch, richtig? Deswegen hasse ich... ...das opened remotely. Aber für die 41 Gold greife ich nix an. Danke schön, der Ausgang. Halleluja. Hier warten wir mal gleich. Halleluja. Perfekt. Okay, wir müssen zur Universität. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wir haben die Bücher besorgt. Perfekt. F5, endlich. Nein! Ich hab auf 9 geklickt. Jesus. Oh mein Gott. Der 5 jetzt passt, oder? Oh. Oder? Ja. Oh, Mama. Das wär witzig gewesen. F5. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.